So, willkommen zurück zu Farmmanager 2018. Wir spielen immer noch das Szenario in Vino Veritas vom DLC Brewing and Winemaking. Ja, bei unserem Weinanbau hat sich nicht viel getan. Unsere fünf größeren Felder, unsere zwei Verarbeitungsstätten, der eine Weinkeller. Aber jetzt haben wir nicht nur Obstbäume und Ziegen- und Hühnerstall, sondern hier ein Feld, wo wir Paprikas angebaut haben. Hier ein Riesenfeld mit Erdbeeren. Hier wachsen Tomaten. Hier möchte ich Himbeeren anbauen. Und Kraut, äh, auf welchem Feld hier? Und Kraut, und Kraut. Weg damit. Mittlerweile 19 Angestellte. Die Kredite sind abgezahlt. Unsere Windräder produzieren fröhlich vor sich hin. Das Geld hilft uns wirklich super. Da-da-m, da-m, da-m. Ich bin am überlegen, ob ich hier vielleicht noch ein kleines Lager hinmache. Ich glaube, so ein kleines Lager, das kostet 10.000. Das geht hier eigentlich noch. Ah, blub, blub, blub. So ein bisschen Tempo. Ich möchte Himbeeren, Himbeeren. Tomaten wächst. Tomaten wächst. Erdbeeren langjährig. Paprika wächst. Ach ja, ein paar Maschinen habe ich mir auch gegönnt. Die kann ich aber aktuell nur zum Bewirtschaften von diesem Erdbeerfeld nutzen. Wobei, ähm, Traktor, Fluggrubber, Miststreuer und Pflanzmaschine da stehen. Oh, jetzt haben wir aber Geld. Jetzt sollten wir uns doch mal ein paar Himbeeren leisten können. Und jetzt können wir einen Himbeerstrauch. Hallo, ich möchte Himbeeren. Kaufen. So, jetzt aber. Habe ich es denen aber gesagt. Pilze. Pilze. Schnell rettet die Paprika vor den bösen Pilzen. Die spritzen hier mit einem Sud aus Unkraut und Brennnesseln. Das ist absolut umweltfreundlich. So eine Art Jaucher. Gegen Pilze. Versteht sich natürlich. Komm, Pilzsymbol, bitte geh weg. Vögel vertreiben. Geht weg von meinen Weinfeldern. Hier. Noch einer. So. Gut, jetzt aber Himbeeren. Himbeerstrauch. Automatisch. Arbeiten. So, okay. Pilze. Wo schon wieder? Hier hin. Oh, verdammt. Arbeiten. So schnell ihr könnt. Vier Leute auf dem grossen Feld. Oh, oh, oh. Weiß nicht, ob das reicht. Himbeeren wachsen. Rettet meine Erdbeeren. So, was haben wir denn noch? Die, die, die. Die, die, die. Wald, Giblis, Paprika, Himbeeren. Erdbeeren. Erdbeeren. Tomaten. Ach, wird das schön. Wollt ihr mich verarschen? Insekten. Insekten automatisch arbeiten. So, drei Tage bis zur Erdbeerernte. So, wenn jetzt die Ernte gleich los geht, werde ich mal schon Leute einstellen. Gerade fürs Obst werde ich noch einiges an Leute brauchen. 600 Obst und Gemüse. Wollen wir den? Janik. 500 Kühe. Nö. Sie. Imkerei. Imkerei. 600. Imkerei. Imkern. 6,60. Es wird zu teuer. Theophilius Franker. Die nehmt immer noch. Wo wirst du weitergebildet? Du noch nicht ganz. Ah, fehlt noch ein bisschen das Geld. Ah, das kommt auch noch. Da, so. Ernte. Mit Maschine. Was für eine Maschine müsste ich da kaufen? Kastenhänger. 7000. Nö. Dann machen wir es per Hand. Automatisch vervollständigen. Arbeiten. Da, 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 da. Gucken wir mal, wie sehen meine Erdbeeren aus? Neue. Schade, ich komm nicht näher ran. So, meine lieben Arbeiter, kommt. Schwupps, schwupps, schwupps. Mal schauen, wie viele Erdbeeren es werden. So, die gehen alle runter. Das heißt, die Ernte muss komplett fertig sein. 1400. Nein. Erdbeeren. Verkauf. Verkaufen. So, nächste Ernte in 24 Tagen. So, dann können wir doch mal. Tisch hatten wir noch nicht. Voll aufgerüstet. Gut. So, damit haben wir wieder gut Geld gelassen. Hier können wir ernten. Automatisch. Arbeiten. Hühnereier. Himbeerstrauch. Nö. Ein großes neues Feld wird er mich kosten. Mehr Geld als ich habe. Da, 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 da. Da, 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 da. Es wird schon wieder dunkel. 31, 29 Tage. cradleram, bam 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 яз cript ihr euch dort an. So, 12 Leute haben nichts zu tun. Es regnet wie verrückt como mal er rückt. Achttausend Neues Feld 7530 x 50 Arbeiten mit Maschine, Flug, Traktor, Automatisch, Arbeiten 15.000 würde mich die Beregnung da drauf kosten Insekten, wo denn nun schon wieder? Da hinten Auswählen, Insekten So und weiter geht's Mit Maschine, Traktor, Automatisch, Arbeiten Schau wieder Insekten, ich fass es nicht So lala So Angebotministerium Feld Ach, mach ich nicht Mist mit Maschine, Traktor, Miststreuer Automatisch vervollständigen Arbeiten So ok, wo sind jetzt schon wieder Pilze? Pilze Pilze Zack Rettet die Irmte So Was pflanzen wir jetzt mal hier? Ich mach mal kurz langsam Kohl, Mais, Gurken, Abtrick, Kürbis Tomaten hab ich schon Komm, wir kaufen Kürbisse So So Lala Wie lange brauchen wir denn Kürbisse zu wachsen? Wir haben schon Juni Ähm Müssen wir uns überraschen lassen So So Ich glaube ich beende erstmal wieder die Folge Nächste Folge dann morgen höchstwahrscheinlich Tschüss, Ciao, Bye 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 Bye